Sie trägt ganz schön viel Geschichte mit sich, 8, die Tochter von, 40, und, 41, wurde am 2. Mai 2015 in Paddington geboren. Damit ist sie Nummer 3 in der britischen Thronfolge. Die 8-Jährige ist unter dem Namen Königliche Hoheit Prinzessin Charlotte von Cambridge bekannt, wurde aber auf den Namen Charlotte Elisabeth Diana getauft. Doch welche Bedeutung steckt eigentlich hinter ihrem royalen, Namen? Wie Deli Mehl berichtet, scheint es gang und gäbe zu sein, sich bei der Namensgebung von der Vergangenheit inspirieren zu lassen. Der Name der Prinzessin umfasst mehrere Familienmitglieder, vor allem aber drei wichtige Persönlichkeiten aus Prinz Williams Leben. Mit dem Erstnamen Charlotte soll angeblich ihr Großvater, 74, geehrt werden. Jedoch könnte der Name auch in Verbindung mit Kates Schwester stehen. Elisabeth soll an die, christliches Kreuz, 96, erinnern. Gleichzeitig ist es aber auch der zweite Vorname von Prinzessin Kates Schwester. Der Name Diana gedenkt an Prinz Williams verstorbene Mutter Minus, christliches Kreuz, 36. Viele Menschen sind davon ausgegangen, dass die junge Prinzessin den Namen von ihrer als Erstname tragen würde. Das wäre ein Mühlstein um ihren Hals gewesen, äußerte einer der langjährigen Freunde der Prinzessin. Der Prinz von Wales erwies seiner geliebten Mutter trotzdem großen Respekt, indem er Charlotte den zweiten Vornamen Diana gab. Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an.